Glück auf Schalker, wird die Personalie Kies von Wonderen zu einem Dominostein und haben wir bald Anthony Modest im Sturm. All das in dem Video, schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Die Personalie Kies von Wonderen ist eine Personalie mit Explosionsgefahr, das wissen wir spätestens morgen beim Spiel gegen Regensburg. Boah, da wird es so richtig wichtig. Nachdem nun auch Braunschweig gewonnen hat, sind wir momentan auf Platz 17. 18 könnten auf 18 runterrutschen, wenn Regensburg gegen uns gewinnt und, seien wir mal ehrlich, viele Argumente hat dann auch Kies von Wonderen nicht. Nun hat unter der Woche der Trainer eine klare Jobgarantie bekommen, sowohl von Juri Mölder als aber auch von Matthias Tillmann. Jetzt hört man aber von Sky, dass das durchaus eine Personalie sein kann, die auch zu einer gewissen Art Domino-Effekt führen kann. Denn sollte sich rausstellen, dass Kies von Wonderen einfach nicht funktioniert, dann muss man zumindest mal nochmal ein bisschen laut hinterfragen, was Ben Manga angeht und aber auch, was Matthias Tillmann angeht. Bedeutet, Matthias Tillmann, Ben Manga, die sportliche Führung könnte bei einem Versagen von Kies von Wonderen ernsthaft hinterfragt werden und, ehrlicherweise, langanhaltend, dann auch der Aufsichtsrat, der auch durchaus, naja, zumindestens mal die eine oder andere Fehlentscheidung geführt hat oder eine andere Fehlentscheidung getroffen hat. Dementsprechend, das könnte zu einem richtigen Domino-Effekt werden, wenn Kies von Wonderen den Verein verlassen muss. Würde ich das jetzt feiern, dass dann plötzlich alle gehen müssen? Auf gar keinen Fall. Das würde ich auch für die falsche Entscheidung halten, aber das Ganze birgt auf jeden Fall eine richtige Explosionsgefahr. Das ist ein Name, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Anthony Modest könnte schon bald das Trikot vom S04 tragen. Ach, du heiliger Gott. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Als erstes habe ich gedacht so, yo, der war halt in Deutschland immer für Tore gut. Mein zweiter Gedanke war, und Entschuldigung, hau ab, du Zeckensau. Mein ehrlicher Gedanke, denn, und das jetzt mal ganz nüchtern geguckt, Der Mann ist 36 Jahre alt, hat zuletzt in Ägypten bei Ali gespielt, hat dort, ja, so mittelgut funktioniert. Der hat immer mal ein paar Minuten gesehen, hat dort insgesamt, was waren es, glaube ich, vier Tore geschossen und eins im Supercup. Das ist okay, das ist jetzt nicht berühmt, weil insgesamt dann auf beides gesehen 19 Spiele, fünf Tore, yo, ist okay. Aber, und das muss man ganz klar sagen, der ist jetzt schon erstens ein paar Monate wieder raus. Der ist 36 Jahre alt, wie fit ist der Mann wirklich? Und wie schnell kannst du den im Zweifelsfall auch wieder an 2. Bundesliga, an die Intensität, an die Aggressivität auch gewöhnen? Und, was kann der dir wirklich noch bieten? Wie schnell ist der Mann noch? Ich meine, sagen wir mal ehrlich, schon beim 1. FC Köln hinterher, war der eigentlich ein Spieler, der war eigentlich nur vorne. Der wurde dann über Flanken angespielt oder hat mal einen Ball festmachen können und konnte den verteilen. Aber wir erinnern uns noch, unter Steffen Baumgart, da wurden ja 15.000 Flanken reingeschlagen. Klar, der S04 macht das momentan so oder so, deswegen könnte das dann auch durchaus Sinn machen. Aber ist das wirklich die Idee, die der S04 da vorne haben möchte? Ich habe zumindestens mal meine Zweifel, man hört auch Anthony Modest hat durchaus Zweifel. Es gibt da wohl wirklich Gespräche und man ist auch schon relativ weit, aber auch er soll am Projekt zumindestens mal in Teilen zweifeln. Die BILD hat dann auch dazu nochmal berichtet, dass es tatsächlich Gespräche gibt und dass man wohl aber auch schon relativ weit ist. Und dass es bereits in der Länderspielpause, und wir erinnern uns, nach Regensburg gibt es ja die Länderspielpause, durchaus dort auch schon eine Einigung erzielen könnte. Das bedeutet, dass Anthony Modest schon relativ schnell bei uns sein könnte, denn der ist vereinslos, wie bereits angekündigt, zuletzt Al-Ali. Könnte also sich jederzeit uns anschließen. Ich weiß es nicht. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe irgendwo die Idee, aber dann, Entschuldigung, dann kannst du auch einen Simon Terrode nochmal anfragen. Mal ganz ehrlich, der würde wahrscheinlich immer noch mehr bringen als ein Anthony Modest. Und super kreativ ist das jetzt ehrlicherweise auch nicht. Und das ist gar nicht schlimm, dass das ein älterer Spieler ist und schon vielleicht ein bisschen abgehalfterter. Da ist alles okay. Ich meine, wir brauchen kein noch neues Talent da vorne. Das haben wir durchaus schon. Dementsprechend, das verstehe ich schon, aber ich weiß es ja nicht. Deine Meinung zu Anthony Modest gerne mal unten in die Kommentare. Ganz ehrlich, nach den Berichten, sowohl von Sky, WAZ als auch Bild, ich glaube, das geht durch. Ich glaube, das geht durch. Ich habe da so ein Gefühl, dass das, wenn Anthony Modest zusagt, durchgehen wird und dass der schon bald das S04 Trikot trägt. Ein weiterer Verein in der durchaus langen Liste von Mannschaften, wo er schon war. Ich meine, war er in Frankreich alleine schon in fünf Mannschaften. So ungefähr war er bei Köln, war bei Hoffenheim, war bei Dortmund, Al-Ali, Saint-Etienne, war in China. Also, rumgekommen kann man, glaube ich, sagen. Deine Meinung zum Spieler in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.